Mein Name ist Manu Hiesmeier, ich bin 27 und komme aus Linz. Und das ist mein Leben. So komme ich von A nach B. Das mache ich in meiner Freizeit. Hier lebe ich. Hier habe ich gelernt. Und hier arbeite ich. Ich bin junge Kandidatin der SPÖ Oberösterreich für die Landtagswahl für Linz und Linzland. Ich engagiere mich in der SPÖ, weil der SPÖ Jugend- und Frauenthemen am Herzen liegen. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Vielen Dank.